Was halten Sie von Piraten? Nicht viel wahrscheinlich. Und zu Recht, denn sie bringen nichts Gutes. Weg damit. Und was ist das? Piratenpartei? Stimmt, das war doch mal die politische Hoffnung der Nation. Piraten, das waren die Lieblinge der Medien. Aber was wollen Sie? Ähm, Datenschutz? Das ist alles? Grundeinkommen. Gleichstellung. Erneuerbare Energien. Bürgerbeteiligung. Transparenz. Bildung. Chaoten, wir haben's ja gewusst. Bedeutungslos. Äh, hallo? Betrachten wir mal die Nicht-Chaoten, die sich meistens mit drei Buchstaben vorstellen. Oh ja, wir kennen sie. Zur Genüge. Die Piraten sehen vielleicht nicht so schick aus und sie haben einen seltsamen Namen. Manchmal geht's vielleicht zu, wie in einem gallischen Dorf. Aber sie haben neue Ideen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Gleichstellung. Bürgerbeteiligung. Transparenz. Bildung. Fahrscheinloser Nahverkehr. Piraten.